Ich hab dich angelogen, Gide. Ich kann Arnold nicht daraus wollen. Oh, gibt es eigentlich jemals für irgendetwas den richtigen Zeitpunkt? Ist doch gut für dich. Hast du einen Grund mehr, mich nicht zu heiraten? Tch, Idiot. Was wolltest du noch sagen? Dass du ein Idiot bist. Hast du schon was sonst? Dass ich Arnold besucht habe und dass ich was kapiert habe. Nämlich, wie weh ich dir tue. Und wie ungerecht es ist, weil du bist so ziemlich der liebste Mensch, den ich kenne. Dass ich ab sofort netter sein will zu dir. Und dass wir uns nicht mehr hier auf dieser Scheißklippe treffen, sondern dass wir unseren eigenen Ort finden. Einen, der mich nur an uns erinnert. Das, was war, das war und das hatte seine Zeit. Aber wir sind jetzt hier. Und das, was jetzt geschieht, das geschieht mit uns. Ich will glücklich werden.